Ja, ich komme das dritte Mal nach Bulgarien zu Dentab rein und ich komme wieder, weil ich hier alles das finde, was ich bei einem Zahnarzt in Deutschland so ein bisschen vermisse. Erstmal, sie haben hier eine ganz hervorragende Technik. Das hat man in Deutschland nicht und ich fühle mich hier sehr gut aufgehoben. Ich sehe, dass hier eine ganz große Kompetenz von den Ärzten ist. Die Schwestern sind alle freundlich, das ganze Personal ist freundlich. Ich fühle mich hier einfach wohl. Die Schwestern sind alle freundlich, die Schwestern sind alle freundlich, die Schwestern sind alle freundlich.